Sie sind die deutschen Stil-Ikonen der Stunde und wir haben eine Audienz bei Ihnen. Tokyo Hotel. Im Februar beginnt Ihre Welcome to Humanoid City Tour mit Konzerten im Moskauer Olympiastadion in Barcelona, Paris, Rom und vielen weiteren Städten. JQ hat die beiden Rockstars Bill und Tom Kaulitz zu einer Fotosession in Hamburg eingeladen. Etwas anders als auf der Bühne trägt Bill heute auch mal klassische italienische Herrenanzüge. Also es wäre nicht was, was ich jetzt immer anziehen könnte, aber zwischendurch mag ich das ganz gerne. Man kann das ja auch immer mit anderen Sachen mal kombinieren. Also ich habe zum Beispiel auch irgendwie ganz, ganz viele Fracks zu Hause und so weiter, die ich dann mal zu einer Jeans anziehe oder so. Verkleidet eigentlich überhaupt nicht. Also alles was, worin ich mich verkleidet fühlen würde, das würde eher nicht in Frage kommen, dann fühlt man sich ja unwohl. Für die Bühne wäre es mir glaube ich ein bisschen zu schick. Also ich mag das so echt ganz gerne so zwischendurch, aber für die Bühne brauche ich doch dann eher Lederjacken und sowas. Also sowas, wo ich mich richtig dann drin bewegen kann und vielleicht mal für ein, zwei Songs oder so. Doch die beiden wissen auch, dass sich Trends schnell ändern und haben ihre eigene Methode, um sich modisch weiterzuentwickeln. Also ich glaube, es wird immer wieder Outfits geben, die man ganz toll findet und dann guckt man irgendwie ein paar Jahre später drauf und man mag sie überhaupt nicht mehr. Ich glaube, das wird mir heute auch noch passieren. Eigentlich ist es immer so, dass ich mich nie für irgendwas geschämt habe, was ich anhatte. Das heißt, es gibt ganz viele Sachen natürlich, die ich jetzt mir angucke und denke so, oh Gott, was hast du da denn angehabt? So, aber das gehört irgendwie dazu, also um wirklich dann ja auch irgendwann den Weg zu finden und irgendwo anzukommen. Aber ich glaube, es gibt immer wieder Momente, wo man sich ausprobiert und neue Sachen entdeckt und so weiter. Doch an wem orientieren sich Rockstars? Wir fragen Bill, ob er selbst Vorbilder hat. Also so ein richtiges Vorbild an sich hatte ich nie. Ich mag aber sonst ganz gerne David Bowie. Ich mag Steven Tyler auch ganz gerne, also auch ziemlich gemischt. Aber ich hatte jetzt nie so ein Fashion-Icon oder sowas. Dass Bill in Sachen Mode recht stilsicher ist, zeigt auch die Tatsache, dass sich Modekönig Karl Lagerfeld persönlich für Tokio Hotel interessiert hat. Im Herbst 2009 fotografierte er Bill Kaulitz für die Deutsche Vogue, was für Bill eine große Ehre war. Also ich habe ja echt ganz früh angefangen, mich dafür zu interessieren, habe auch früher viele Sachen selbst genäht und entworfen und so weiter. Und da ist es natürlich ein Traum irgendwie für so jemanden, dann irgendwie mit Karl Lagerfeld was zu machen. Also für mich war das echt ein ganz, ganz toller Moment. Und natürlich hat mich das gefreut, sodass er darauf aufmerksam geworden ist, dass er das gesehen hat, ihm das gefallen hat. Und ich finde ihn natürlich auch super. Doch wie kommt man zu so einem eigenen Style, der auch von Fachleuten geschätzt wird? Woher nimmt Bill seine Inspiration? Und vielleicht kann er uns auch verraten, wie sein Style entstanden ist. Die Inspiration, ich glaube, die kommt von überall. Das ist eher so was Gemischtes. Also ich muss sagen, das ganze Ding hat bei mir eigentlich angefangen, so mit Haare färben und Schminken und so, halt durch so Vampirfilme. Ich habe halt früher, als ich klein war, Vampirfilme geliebt über alles und bin dann einmal als Vampir zu einer Halloween-Party gegangen. Und danach hat das eigentlich alles angefangen, dass ich das dann echt privat auch gemacht habe. Und damit liegt er jetzt wieder in der Zeit der Vampirfilme genau im Trend. Doch für ihn gibt es auch ganz klare No-Gos, was die Kleidung betrifft. Also die Klamotten, die Tom trägt, die würde ich niemals tragen. Und ansonsten ein echter Pelz geht gar nicht. Und konsequenterweise sind die beiden auch Vegetarier. Allerdings grenzen sich die beiden ein-eigen Zwillinge ganz klar durch ihr Styling voneinander ab. Ich finde so im Laufe der Zeit gefällt mir das immer mehr, was Tom trägt. Ich kann mich mehr damit anfreunden. Aber ich glaube, wir werden nie irgendwann mal Sachen tauschen oder so. Also ich glaube, das ist so etwas, was gar nicht in Frage kommt. Bis wir sechs Jahre alt waren, sind wir echt gleich rumgerannt und hatten auch so Pullover mit Bill und Tom drauf. Und so, damit die Leute uns unterscheiden konnten. Und dann fing das ja an, dass man sich dann so selber die Sachen aussucht und Mama das nicht mehr rauspackt. Und dann ging das irgendwie ganz automatisch in eine verschiedene Richtung. Also bei Tom hat das ja auch immer mit seinem Musikgeschmack so ein bisschen zu tun gehabt. Er hört ja echt nur Hip-Hop. Also so gut wie nur Hip-Hop. Obwohl er ja in einer Rockband spielt. Also es passt nicht so richtig zusammen. Aber so klamottentechnisch hat er es immer durchgezogen. Auch trotz des sehr unterschiedlichen Stylings und der Auffassung darüber scheinen die beiden bei allen anderen Themen sich sehr einig zu sein. Bei mir ist es ja so, wir sind eigentlich echt wie eine Person. Wir haben halt bloß unterschiedliche Seiten von dieser Person, glaube ich, ausgelebt. Und darum ergänzen wir uns sehr, sehr gut. Weil wir ja irgendwie ganz verschiedene Interessen haben auch zwischendurch. Aber trotzdem immer auf einem Nennerwahn. Und genau wissen, ich weiß genau, was Bill denkt, Bill weiß, was ich denke. Das ist irgendwie so auf einer ganz anderen Ebene. Wir brauchen uns eigentlich den ganzen Tag gar nicht mehr unterhalten eigentlich. Und ja, ich glaube, wir ergänzen uns deswegen ganz gut. Musik 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 Musik